Ich bin's, der Boomin, ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Weihnachtsprojekt oder Zwischendurchprojekt mit einem... Servus! Guten Tag! Hallo! Ja, und da müssen wir natürlich auch dabei sein. Es werden wahrscheinlich noch sehr viele dazukommen. Und ja. Äh, neben meinem PvP-Event, äh, nehme ich jetzt einfach noch dieses Projekt auf, weil, Just for the Loals halt. Ich muss überlegen, wo ich mein Haus reinbaue. Und übrigens, das, äh, das Projekt, äh, nennt sich, äh, Craft Invasion. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh, ähm. Ja, okay, drei. Äh, okay, drei. Äh, okay, drei. Und ich laufe einfach zu weit und bin jetzt und dann habe ich noch zwei Jahrzehnte, ich kann nicht mehr rengen. Gut. Erfekt. Geil. Geil. Ist mir egal. Scheiße. Ist mir egal. Das ist gut, du machen. Danke. Woher mache ich das denn nicht? ich glaube ich so ein Wendeltreppel hochbauen aber ich komme gleich und ihr deine Freunde zu schenken ja ich mein Dreck er kann ich sehen ich mein es jetzt wenn man nicht mehr ich glaube ich glaube ich mein nein immer hier meine ich ihren Max und der drobert ich bin auch so meine tat die jungen in anpassungen zu fragen aber ich hab mal nix dazu es hätte jetzt keiner bemerkt wenn ich gesagt hätte dass das ist das ist das ja du bist du auch hier und dahinten im Wald leuchte Aboumi die Schmerz von der Augen neue Leute ich bin zu Bumi jetzt muss man nicht mit der Händigkeit sehen aber er hat ein Baum ab wo brauchst du in 10 Prozent das kann ich auch bei der Welt der Korinther gegenüberlich von Wiesbaden die Hälfte die Nürnberg und die Aja da hinten der Hässler Aja Rade der ist gerade örtlich er hat die Vorgeschichte Aachen ist scheiße Naja, äh, weil er scheiße isst, ah! Den Witz hab ich immer noch nicht wirklich kapiert. Er isst scheiße, von seiner Persönlichkeit her, ne? Und er isst, er isst, also er tut etwas essen, und zwar scheiße. Ahhhh! Okay, das hast du jetzt echt schnell bemerkt. Oh Mann. Du bist fast zu scheiße wie ich. 200 Euro. Esは, wESCH gonna是ないですね Ich sanco. Wo ist denn die Artein? Nur drei Wochen, oh man, gestanden haben wir Kette und wurden nur ok um dieses wird schon los ich weiß ich sollte ich hier als ich sie im Kump die Hälfte haben wir irgendwie essen ne ich bin auch ich verrägte auch gerade vielleicht mach ich das hier rein sonst alles wieder heim ich will gleich hast du lieblich danke hab mir grad mein äh ich hab grad oben an meinem berg Terraform ich muss grad mal bergauf füllen das hier danke Adrian ratest dir das war hier oben auf deinem Haus ja ich glaub ich mach das so ich wär fast drunter gefallen gut Leon ey Leon hast du eigentlich spielst du mit Jada äh stimmt könnte ich eigentlich auch noch machen könntest du mir das mal erklären wie das äh wie das geht also mir helfen ne weil ich ich weiß nicht auch ich hab nicht eine gute Grafikkarte also ich glaub das ob bei ich hab jetzt mal ein PC ich glaube der könnte das vielleicht schaffen oder so das war so ja ich weiß nicht wie man das äh installiert gehen mal auf der Bergmanns Kanal steht das drin der erklärt ist von gut aus sind ich bin die ich bin ich bin ich bin Fanzeraufgabe. Hi Alex. Hey Leon, juck dich nicht. So kann man das vielleicht machen? Dann brauche ich noch Zeit. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ich bin der krasse Woll. Du bist halt ein Biest gell. Wie ist denn Minecraft? Oh, er hat einen Ofen gebaut. Oh, ich hab schon eine Spitzsacke. Oh, eine Eisenspitzsacke. Kuss. Kommt auf so ein Kuss. 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 Ey, Mann. Ich kill mich jetzt, glaube ich. Ich kill mich jetzt. Es muss sein. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Es war schön mit dir. Es war schön mit dir. War es eigentlich nicht. Ist gestorben. Tschüss, meine Leute. Es war eine schöne Zeit. Wenn ich nichts vermisse. Oh, er ist tot. Wie Martin, Mario. Ich spawn und da ist einfach direkt eine Spinne. Ja, gut. Ja, gut. Ja, der baut einfach mal schon so eine... epische Treppe. Der Bumi. Wo war ich mehr überhaupt? Am Spawn. Genauer. Tsch 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 Tsch. Der Kek Kek Kek. Äh, in der Nähe vom Spawn. Noch genauer. Ich hab drei Eier. Von dir aus. Welche Seite? Seht ihr nicht? Ah, bitte, bitte, bitte. Ich seh nicht. Wo ist Baudelion? Da hinten. Ach, da. Ah, da. Einfach mal den Wald hier vor meinem Auto abbauen. Das ist eine strange Treppe, dann ja. Hat mir auch Dirt Spenden an mich? Nee, ich hab keinen Dirt, glaub. Ja, ich hab A, dann kommst du dafür her. Ja, ich kann mir sowas nicht leisten. Was ist dieses Dirt? Was ist dieses Dirt? Unsere Frage. Ja, baust du ein ernsthaft über mir? Baust du allernsthaft unter mir? Äh, ich war hier seit Anfang an. Ich war hier vorher. Oh, lol, Alter, ihr wohnt einfach vergehen. Irgendwie bitter. Oh, lol, Alter, ihr wohnt einfach gegenüber. Irgendwie bitter. Das ist doch bitter. Das ist doch noch bitter, weißt du? Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Nein, du brauchst dich gar nicht hochstecken. Mach ich doch gar nicht. Nein. Ich kann das voll gut von meinem Haus beobachten. Ich war lustig. Ich bin Atelier und ich war so witzig zu sein. Nee, das war Chile. Ich kann einfach den Nachbarstreit zu stehen, bei den Beobacht. Den Nachbarstreit. Beobachten ist voll geil. Stalker. Ja, geil, Leon, wie viele Schneebälle hast du denn? Hallalala, hallalala, hallalala. Ja, also so kacke sieht es meiner Meinung nach gar nicht aus. So einer ist Leon, also. Er ist ein Schneeballer. Sag, klaut einfach. Hast du mir ein paar Schneebälle geklaut? Nein. Ich dachte gerade, ich hatte vorhin noch... Oh Mann, ich hab schon wieder das zu Herzen. Ja, ich sterbe an einem Zombie und ich weiß, dass mein Haus wieder verloren ist. Ich bin so gut. Und ich springe auf dem... Alter, hier, diese Nacht fackt mich so. Jeder mag er nicht jetzt killen. Jeder mag er. Und da wird Vincent. Dann baue ich hier gegenüber. Ja, da baue ich. Da sieht man schon mal in der Stadt. Wie ich ging es dir jetzt mal in der Stadt. wer grüß mir die Wahrheit und erhältlich da auch da auch mal ein zweites wichtig Prozent Schatz die Nachmittag von abgaben machen die ist bei ihnen verstärkt sich das alles und einst mal ein gleicher und ich muss es auch kurz geht wenn wir wollen denn wir wollen nicht mehr k Prozent Prozent nein ich wollte eigentlich von dem Creeper ah da ist ein Tommy was Lane buy a chicken echt jetzt sollte der Gag sein er hat einfach geglaubt er hat einfach geglaubt hä nein ich hab nicht geglaubt nur ich hab halt ja 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 vor allem als immer vor einem Chicken schlagt werden Jan welcher Huren so ein glaubt ist er war in der Umgebung und die Einzelnen für dich es war nicht von dem Markt los eine Ahnung hat das sein nicht mehr die Welt das war eine Worte baut einfach ab ein gescheit auf guck mal das leise viereck, guck mal Leon das passt voll nicht in den Berg rein wunderlich, ich hab's nur aufgefüllt, weil ich bin bock auf ach ja ach ja ah spinne den schrei alter naja ah spinne mal schnauze jetzt am sidekicks, sidekicks die Folge ist auch schon bald vorbei er hat Folge gesagt n ganz lustig ich bin so oft aber er hat das mit dem machen ich verlinke euch Leo und Angelina Kappenberger in der Beschreibung wenn du willst ich muss das alles noch durch Koppel ersetzen und dann sieht das gleich aus oder ich glaube ich mach die Wände vielleicht sogar aus das da weißt du auch mal scheiß adriano ja 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 da mach ich hier vielleicht eine Glaswand hin okay und dann da oben ja da oben mach ich so ein Panoramablick, dass man so immer auf den Himmel schauen kann und dann auch und auf Adrinsk kaufen das kommt noch auf guck das heißt alles was hier ist muss ich noch mit holz ersetzen alles was an die ich will das jetzt erstmal aus dann kann ich alles mit holz zu bauen und die ist das hat jetzt mal ein panorama verkaufen der panorama verkaufen wer alle sind schnell aus dem schöner verkaufen das passt nur eigentlich wenn es wenn die treppe die treppe ist schon fertig ich bauschen ich bin schon am hausbau ok das musst du akzeptieren das akzeptiere ich aber nicht Jan bann ihn mal bitte ok alter warum wer akzeptiert das jetzt nicht du um ich bin die entbauen ein sehr kleines Haus ja und die entbauen geht es das vergebildet werden Ackermann die Flurz gerne sagen würde es gleich umbauen in der Ack mit Kornel wenn man kann und er sagt er will ich werde immer aber er empfehle ich vergesse immer es lässt umbauen heißt er glaub ich der Kurs und Arthelst Läden und wollen auch Klingel um und der Schwer LLLL LLL auch als Kornbett Kohlgeräusch Kornbettel Ehm. Ja. Was? Die. Ah. Lelelele. Lelele. Was? Sag den Befehl. Sorry, wenn du die ganze Zeit lagst, dann weiß ich doch nicht, was du sagst. Ah, jetzt weiß ich ihn auch. Boah hast du ihn nicht gewusst, ne? Oh, danke! Oh, danke! Oh, danke! Ho, danke! Ho, danke! Oh, danke, danke! Oh, danke! nicht hoher der Kuhl da und neunigstattlich nicht die Landwirtschaft z.B. z.B. morgen ist Weihnachten wenn er war ein wenn er ein weihnachtsbessel wollte dann sagt es nur dem lieben geht die mir 50.000 Likes und machen Weihnachtsbessel Klick nicht mal 10 Oh, 1-0, 1-0 Ey Leon, ban ihn mal bitte Ach komm, bitte nicht Wer kriegt nicht mal 10 Likes? Na Mutra Oh Alter Ach komm, soll ich was getan? Leon, was hab ich dir getan? Du hast gar nicht getan Ich hab dich gar nicht, ich hab dich gar nicht gebannt was willst du eigentlich, du kannst die ganze Zeit darauf noch nicht, du immer das Spiel verlässt Äh, der Mann hat Hase, die Hase, die Hase, die Hase habt, hab auch grad gedacht Mal wollen, ne? Richtig fröhlich es war das ist ein spart manchen Sporte spielen die Kraft und mit Bord aber es mit Leuten geholfen heute die Befugel die Eifel ich mache es noch kurz hier hat er Wieso habe ich keine OP-Rechte? Nein! Bei Minecraft Evolution hätte ich dich jetzt gebannt. Nein, er bannt mich! Nein! Bitte lass uns! Nein! Traumherst du... Äh, ne, ich hatte mal nichts. Dann werde ich wieder gebannt. Siehst du? Ich sag's doch noch! Oh, ich liebe dieses Spiel! Sag mir so viel Spaß! Das Problem an diesem Projekt ist halt nicht Adrien dabei, das muss ich halt nicht überstehen. Warum nicht? Warum nicht du? Ja, das stimmt auch. Ja, ja. Mal gucken, mal der nächste Band kommt. 3. Wo war ich mal über 10 Sekunden auf die Zerwone gewandt? Ich warte schon drauf! Ja, ich auch! Wie lange geht die Folge schon? Ja, ich beende sie jetzt. Ähm, in der nächsten Folge werden wir hoffentlich wieder beisammen sein, Marco. Und dann nicht mal so oft gebannt werden? Doch, das schon. Ich warte, ich warte wieder drauf, wie ich gewandt werde. In jedem Moment. Mann, krass! Alter, neuer Rekord für dich. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Euer Umi. Tschüss! Ciao!